Musik Und da schreit die so richtig heftig Wie lang die Scheiße brennt bei denen Ach okay, wenn ich da bin, dann geht es langsam aus Cool Jetzt suchen wir den Käpt'n anscheinend Aber wo ist der hin? Wo ist der weggegangen? Was ist gerade mit FPS los? Hey Lara, Rob hat uns von dem Flugzeug erzählt Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg Hoffentlich Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast Das klingt gar nicht gut Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur Eine Besichtigung Du bist ein schlechter Lügner, Alex Ihr müsst da drin vorsichtig sein Viel Glück Ja, vorsichtig So So Ja, direkt ausprobiert Wir kriegen jedes Mal einen Fall dazu Oh Wieder eine Höhle Und höp Und höp Und höp Und höp Also einfach mal durchsuchen Hier ans Feuer Allerdings Ein Fähigkeit Ding haben wir wieder So Dann können wir das nehmen Was ich gerade eben gesagt habe Mit Leicht durchsuchen So Neue Fähigkeit hat er erreicht Freigeschaltet er gesagt Kaufen Sie sieben weitere Fähigkeiten Um Rang 3 freizuschalten Spezialist Ah, okay Kletterwand Wandheit Ah, Klettergewandheit Oh, so So Dann hier Kann man mal im Bogen was verbessern? Ne, aber zur Zeit Es kommt glaube ich noch was Wir haben gerade mal 40% wieder Erst Schalldämpfer Hm Ah Zwei Milz Klebeband Verbundene Magazin Erhört die Nachladetempo Erhört die Nachladetempo Rücklaufbremse Beseitigt effektiv Das Gas beim Feuern Und verringert so den Rückschluss Ah, ich dachte Das sieht aus wie so ein Schalldämpfer Deswegen Oder gehen wir bei der Pistole Was aufbessern Bei der Pistole Da kann man Das kann man nicht Schuss Erhört die Schussfrequenz Dann mache ich lieber hier Den Rückschluss verringern Das ist eigentlich effektiv bei der Waffe Weil der Rückschluss sehr groß ist Bei der Waffe Und Je weniger desto besser Wo müssen wir jetzt überhaupt lang Von da kamen wir Na, okay Dann müssen wir da Nee Oder Von hier kamen wir Ja, von hier kamen wir Von mir Hier ist es so hell Dann, wenn wir hier drin sind Aber voll dunkel Das ist doch gar nicht mehr zu fassen Das kann man doch nicht glauben So wie dunkel Wie das hier drin ist Diese Ruinen sind älter als die Kofunperiode Ja Da guckst du, Lara Wie alt die Ruinen hier sind Eine Pilgerfahrt Das liebe ich an Tomb Raider Einfach nur Diese Das liebe ich einfach nur An Tomb Raider Die sind Leute, was ist das denn Einfach diese Historischen Gebäude Die so abgebildet Das ist einfach nur nice gemacht Captain Was mit dem Oh scheiße Ach du scheiße Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht Aber du bist ebenso naiv und berechenbar Töte sie Das sitzen hier ohne die Wächter Oh shit Alter, was ist das denn Jung, wie das aussieht Da wurden die auch noch aufgehangen Er schreit da so Ah, okay Schwingen Hihi Ah Ah Oh nie wächte Was geht hier vor Alter das ist wie auch du scheiße was ist was passiert hier was sind das für leute was das für dinge ohne wächter okay sich mich sich mit denen anzulegen ist glaube ich nicht sehr gut so wie die zum dinge der schleifen also wir müssen sich richtig stark sein etf wie das hier aussieht war einfach nur eklig die aber dann die ganzen köpfe hier vor wenn man diesen gebäuden ist das immer so wenig bei diesen alten dingern immer richtig heftig alter heute hoffentlich funktioniert das ding eine schrottflinte sie suchen nach mir ja wie immer ich will die schmaus haben na egal immer die sucht immer die suchen immer nach uns ich hasse gräber eine sonnenkönigin und ihre sturmwache die erste sonnenkönigin die erste sonnenkönigin das ist ja matai ein du bist wirklich hier Und wirklich, wirklich tot. Das ist unglaublich. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du König. Und da bist du Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerinnen. Da ist sie! Und ein Sch... Lege sie auf! Oh, nach Land, nach Land, nach Land. Wie kommt er denn noch? Wie viele wollen die denn noch kommen? Äh, vielleicht 10.000? So haben wir jetzt alle durchsucht. Da war jetzt... Oh! Oh, shit! Alter... Junge, was ist das? Was ist das für ein fettes Viech jetzt? Ehrlich? Vielleicht können wir... Vielleicht ist hier was... Also für 100... Vielleicht für die Schrotflinte. Nö, das ist richtig viel. Okay, ja, dann mal weiter. Alles wieder... Okay, das Bombe sieht schon aus und das Runterfliegen ist nicht sehr gut. Also, das vermute ich mal, ne? Und so, komm, rüber! Ah! So, wenn wir das hier geschafft haben, würde ich mal sagen, wir machen... Ich mache dann eine kleine Aufnahmepause. Wir sind jetzt nämlich schon seit ein paar Stunden dran. Ja, glaube ich. Also, wenn man... So, bei meiner Uhr steht gerade eine Stunde oder so. Dann würde ich sagen, weil ich bin auch schon lange dabei. Und heppah! Und wir haben auch schon sehr viel geschafft. Wir haben einfach noch einen Bogen... ...noch etwas besser gemacht als vorher. Das war, wie wir dieses komische Ding da gefunden haben. Dann habe ich ja auch wenigstens schon mal... Das Ding nicht auf! Das ist es, wir müssen jetzt nicht wissen, was wir brauchen. Ach, sie ist hier! Hey, was ist das? Trinkt nicht! Leg sie um! Und unter mir los! So, da haben wir den auch geholt. Hier ist doch wieder... Das war direkt unter Ihnen! Das war mir schon mal klar. Dann müssen wir irgendwie das Ding da runter holen, oder? Ach, fuck, so cool. Das ist ja wieder nicht leicht. Aber wir kriegen das schon hin! Hat der mich voller Schrocken, ey! Das war mir schon mal. Das ist immer so... Eeeepah! Dann machen wir das hier kurz das mal zu. Ja. Und hier auf. Äh, hier, äh, ja. Dann machen wir das gleich noch mal hier auf der Seite. Abba! So. Und dagegen, komm. Auch wenn du so eine Rüstung hast, wirst du nicht gegen mich gewinnen. Hier, ich hab gelernt, COD, Mann. Ja, dann mach ich hier kurz die andere Seite auch auf. Ich glaub, ich weiß wie. Äh. Äh, so, 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 schnell, schnell, schnell. Äh, bah. Äh, und jetzt nach vorne mit dem... Ja, hab ich doch richtig gedacht. Komm, wir müssen schnell raus, schnell raus, schnell raus. Ah. Ah. Au. Ah. Ah. Oh, shit. Oh, shit, Alter. Oh, shit. Oh, shit, Alter. Oh, shit. Bis zum nächsten Mal.